Hallo, mein Name ist Jan Roth, ich bin der Inhaber vom Sportpark Johannesplatz und wir sind heute hier in Erfurt. Was macht uns aus? Also wir sind eine innovative Gesundheitsanlage. Unser oberstes Ziel ist eigentlich, dass wir Bewegung einfach machen und dafür tun wir alles, damit unsere Mitglieder schnellstmöglich bei uns in die Bewegung kommen. Meine Erfahrung aus 20 Jahren Fitnessbranche ist, wir haben ein Ambiente geschaffen mit einem außergewöhnlichen Kaffeekonzept. Das System muss einfach sein, gut funktionieren, aber eine außergewöhnliche Qualität haben und das ist das, wo wir darauf geachtet haben. Das Gantner-System ist ein sehr gutes System, gerade im Zuge der Digitalisierung. Das heißt, man hat die Möglichkeit beim Check-In hat man bei uns solche Bänder und da ist alles drauf und ich halte es nur an die Maschine. Derjenige kann dann sein Kaffeespezialität aussuchen und es ist relativ schnell und unkompliziert. Auf Cappuccino sind wir so gekommen, ich bin schon vor, glaube ich, zehn Jahren habe ich euch schon das erste Mal kennengelernt, damals auf der FIBU und habe dann verschiedene Konzepte ausprobiert, aber ich habe ein Konzept gebraucht, wo ich wusste, es funktioniert. Und das war der Grund, warum wir dann mit euch relativ schnell zusammengekommen sind und ich muss auch sagen, der Service ist entscheidend. Das heißt, ich darf keine Unterbrechung haben und das war für mich mit ein Kriterium, weil der Service ist hier vor Ort. Wir haben sehr gute Erfahrungen, schon bei der Implantierung des Gerätes, aber auch jetzt, wo an den Anfangszeiten, wo Bedienungsprobleme waren, das ging immer auf Anrufen, war wirklich schnell gelöst. Mit dem Kaffeekonzept verbinden wir Menschen und das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil damit erreichen wir eigentlich das große Ganze hier.